Musik Oh, lass das mal nehmen Warum heilt es sich nicht? Oh, feieieiei Ich habe mich doch ein bisschen geheilt Ey, ich kann doch nur wieder kotzen Ich sehe wenig, das ist gemein Oh, ah Oh, man Oh, man Wenn ich so weiter weitermache, bin ich aber auch bald tot Kann ich irgendwie mich heilen Hier nicht Aber wir hatten ja hier gerade diese Rolle In der man so Denksten konnte Hä, hatten wir das nicht gerade noch? Oder verbraucht sich das? Uh, das kann sein, dass das sich verbraucht Oh, das ist ja hier Oh, das ist ja hier So, ganz ruhig. Oh. Ich bin so gut wie tot. Also im Prinzip einen Treffer mit dem Bogen bin ich tot. Ja genau, noch ein Magier. Genau, ein Magier. Genau, genau. So ist das schön. So mag ich das. Das ist richtig toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hä? Mann! Das ist voll das Spawnkill gewesen. Und ist das richtig? Richtiger Spawnkill war das. Ist das das Richtige? Man spawnt halt und wird instant getötet? Was? Mann! Unfair. Das ist voll gemein. Dankeschön. So, jetzt bitte Ruhe bewahren. Irgendwie dafür sorgen, dass ich auch nur ganz kleines bisschen wieder Leben bekomme. Ist alles nur Ausdauer und Mana, ey. Ich weiß halt auch nicht, wo die Gegner sind deswegen. Ich weiß halt auch nicht, wo die Gegner sind deswegen. Ja, genau. Richtig. Sehr gut. So macht das Spaß. Jetzt werde ich eh gleich wieder gespawnkillt. Es ist so eine ausweglose Situation gerade. Es ist einfach richtig doof. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ich weiß nur, sie wissen, wo ich bin. Hier sind das noch, ne? Genau, richtig. Mensch. Ich glaube, ich mache das nochmal ganz von vorne. Es wird sonst nichts. So, hier. Zack. Zack. Wir laden das einfach nochmal von hier. Müssen wir zwar alles nochmal machen, aber egal. Das ist ja, äh, ist der behindertste Kampf, den ich jemals hatte. Bis jetzt. Ja, genau. Genau, komm von der Seite. Klopfen einfach neben mir auf. So funktioniert das. Das ist ja, alles. Ach, okay. Das war's für heute. Das müssen noch irgendwo welche sein. Glaube ich. Gut, 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 gut. Schnell speichern. Gut, 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 gut. Hey, komm her. Wo versteckst du dich? Oder bist du ein Bogenschütze? Hey, August. Ah, hat. Sehr schön. Der Speichern. Juhu, da kommen noch mehr. Ja, acht Feinde abwehren. Hey, was ein Spaß für jung und alt. Und jetzt APPLAUSE. Das ist wirklich ein Kinderkampf, den wir jemals hatten, muss sein. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen das Tankdischepänt. Eigentlich kann ich das jetzt schon wieder neu laden, weil ich habe jetzt schon wieder so wenig Leben, da lohnt sich das nicht mehr. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Da kommen noch mehr! Wo ploppt der jetzt hier direkt auf? Run, boy, run! Hat der gerade von seinem eigenen Team einen Teil im Kopf bekommen? Also mich soll es nicht stören, aber ist halt schon irgendwie doof für den. Oh! 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 Geht kaputt! Oh! Oh! Der Schnellspeichersprung... Damit der Schnellspeicherpunkt auf jeden Fall nicht gelöscht wird. So, jetzt noch Bogenschützen. Oh, ist gut. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt wieder die nächste Welle abzuwarten, weil wir haben jetzt schon wieder so wenig Leben. Dann macht das eigentlich schon wieder kaum Sinn. Oh! Wow! Ich weiß nicht, ob es sich in der Schnellspeichersprung ist. Ich weiß nicht! Oh! Oh! Heilwurz! Oh mein Gott, das werden wir nutzen. Uiuiuiui. Ja okay, wir können eigentlich wieder neu laden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier war das glaube ich. So, du mal ganz in Ruhe. Keine Panik, auch wirklich gar nicht. Wie kommen wir runter? Genau, genau, ich hänge auf einmal im Zaun fest. Das generiert so langsam, das verwirrt mich total. So, jetzt ist hier Ruhe. Ich werde jetzt insensuell so einen komischen Heilwurz-Dingswurms hinrennen und es benutzen. Das war noch so ein Heilwurz. Du kriegst mich nie. Oh Mann, das kann doch gar nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Alter. Da will man einmal in Ruhe aufnehmen. Da geht das einfach nicht. Wie soll man das schaffen? Ich glaube, ich werde das nach einer Aufnahmepause nochmal versuchen. Aufnahmepause. 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 Bis zum nächsten Mal.